So, werte Gemeinde, dann wollen wir jetzt unsere Prozession beginnen. Ich bin Janek, der Hohepriester, der gerade gegründeten Humanistischen Church of Fonk. Ihr könnt alle beitreten, ihr werdet gesegnet vom Heiligen Weihwasser, können wir uns das Weihwasser haben. Und mit diesem Weihwasser werden wir uns den Heiligen zu ihren Bestimmungsorten bringen, als Schutzpatrone für ein besseres Leben, für mehr Kulturfreiheit. Und wie heißt es richtig, lieber Bestimmuner? Hürdische Freiheit und alternative Kultur. Wir gehen jetzt als erstes Santa Data abliefern, damit der Scheringkonzern geschützt ist. Ah, nee, Santa Pharma, aber ich zeige auf Sie zum Scheringkonzern. Also wir nehmen die ganze Prozession vielleicht mal auf der Stelle, auf der Straße Stellung auf. Wenn ihr mir bitte folgen würdet. Die Polizei beschützt uns auch, auch Sie ist gesegnet.